Hallo und herzlich willkommen bei unseren Buchtipps. Heute möchte ich euch das neue Buch von Roger Wilhelmsen vorstellen. Musik Wilhelmsen legt auf, hieß seine 15-minütige Radiosendung im NDR, die es auf 279 Folgen brachte und zu der 26 große Publikumsabende gehörten. Seine Weltmusikreihe mit dem Berliner Philharmonikon war legendär und für die Zeit schrieb er eine eigene Musikkolumne. Ob Jazz oder Klassik, Musik war seine große, wenn nicht sogar die größte aller seiner Leidenschaften. In diesem Band sind Roger Wilhelmsens wichtigste Texte zur Musik versammelt, die zu 80% noch nie in gedruckter Form erschienen sind. Aus jedem Essay spricht der entflammte Musikkenner, der vielleicht wie kein anderer die Begeisterung für ein Stück, einen Musiker, eine Epoche in seinen Leserinnen und Lesern zu wecken vermag. Ein wunderbares Buch, nicht nur für Musikliebhaber. Musik erschien bei S. Fischer Musik